ja hallo und herzlich willkommen bei uns auf sky defense und co ich bin grüße ich bin solli ja und wir wollen wieder vs modus spielen aber dafür werde ich erst mal ein kleines neues deck zusammenstellen so und zwar ich habe auf jeden fall show breaker mit dabei den brauche ich dann nehme ich ich nehme mal jet weg und food fight so so und jetzt das brauchen wir auf jeden fall das brauchen wir zwei karten brauchen wir der wirbler ist auch nicht schlecht so der ist gut liegt auf jeden fall blickte sind immer gut habe ich hier das noch nicht so okay was haben wir denn hier grünes laub doch gesundheit ist gut gesundheit müssen wir öfters haben das nehmen wir den nehmen wir so und den was habe ich vergessen katesche okay dann wird das noch mit dazu so ich darf jetzt aber ich muss aufpassen obwohl geht noch das brauchen wir belegt joe breaker der ist auch gut das ist gut das nehmen wir auch noch mit so was haben wir denn hier schönes das 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 ausrüstung den können wir auch noch mitnehmen so noch fünf stück muss ich mir jetzt ganz genau überlegen was ich nehme gesundheit halt dich will ich hier auf was ich nehme ich mit ich nehme ich jetzt noch einer und dich so jetzt haben wir es fertig ach so ein name wir brauchen ja noch name hey ich will einen namen haben so ne neuer stapel ist doof mach mal so das ist gut fertig so ja erinnerung speichern bitte danke so und wir spielen eine runde mal sehen so das soll ich vier und los geht's ach ja hallo gegner wo bist du verstecken gibt's nicht hallo na wo bleibst du ich möchte spielen Wird es so weit? Eins Zwei Drei Oh, es hat geklappt Yeah Flashwing 18 Ich glaube, dich hatte ich schon mal Ich glaube, dich hatte ich schon mal Mal sehen Gemein und grün Eine große Hilfe für alle Zeit für eine Pause Ein Sturm zieht auf Ich bin dran Okay Ich höre zwar nur die Hälfte hier Aber was soll's So Und Okay, ich hätte erst mal das Relikt da fertig machen sollen Aber ne, nächste Runde Jo, zwei Jawohl, sehr schön Das gefällt mir Ähm Warte mal Ich nehme mir Jetwick Ähm Ähm Nehmen wir dich als erstes Ne, ich setze dich da hin So Ich nehme jetzt nächstes Danke Und einmal Schießen, bitte Dankeschön Und Runde Ende Ich nehme jetzt noch ein bisschen Ich nehme jetzt an Und ich gehe noch ein bisschen Ja, ich nehme jetzt an so das reicht völlig sehr gut sehr gut und jawoll so geht das so was machst du jetzt 20 ok hey schluss damit na toll super danke jetzt hast du mein relikt zerstört das möchte ich jetzt haben und einmal abschießen sehr schön ich möchte nicht nein ich wollte nicht rollerball ok was soll es ich wollte eigentlich sturm bled haben aber naja was soll es oh 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 110 ok ja hab ich auch schon so sehr schön dich nehme ich weg ich nehme dich dafür jawoll und ein Rundenende so 20 gesundheit naja ok naja toll das Ding muss ich gleich sofort da vernichten das geht gar nicht ja null das war klar das war sowas von klar ich steige auf ich steige auf ok moment so wenn ich das jetzt da drauf schieße das ist kacke ok los mit den schlägen nein ziehe ist besser als gar nichts muss ich die nächste Runde mal versuchen ja super zieh drei Karten die Blume gefällt mir jedenfalls 140 du bist doch verrückt Junge Spiele mhm ok ja dann war dich noch dazu Da bist du erst mal schon mal ein wenig. Sehr schön. Dann tauschen wir dich mal aus. Und machen Rundenende. So. Ich durfte eigentlich nicht mehr. Oh, Gesundheit. Oh, oh, oh. Okay, 160. Plus. Oh. Jui, 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 jui. Okay. Null. Okay. So. Ach ja, ich war ja noch gar nicht dran. Okay. So. So. Okay. Äh, 120. Ja, das ist, äh, okay. Zeit zum Ausruhen. Auf in den Kampf. Hä? Kann ich nicht gebrauchen. Au. So. Mal sehen. Ja, Jetwick ist dann auf jeden Fall tot. Zumindest K.O. Äh. Ich brauche Energie. Wieder da. Gut gespielt. Okay, hatte ich vorhin einen. Okay, 100. Ah, ist auch weg. Bist du gleich noch angreifen? Nee, doch nicht. Äh, okay. Ja. Du bist weg. Ich brauche die Karte gar nicht mehr. Brauche ich ja nur noch so angreifen. Und tschüss. Ha. Super. Sehr schön. Das freut mich. Das ist gut geworden. Bin zwar Jetwick losgeworden. Leider. Aber was soll's. Au. Sehr schön. Ein Quest geworden. Äh, abgeschlossen. Jawohl. Zauber und Gesundheit. Okay. Und. Da so schön war. Machen wir noch ein Spielchen. Und wir nehmen das gleiche Deck. So. Mal sehen, wie wir jetzt haben. Ähm, ja. Hier war's gerade lustig. Mal sehen, wie lange wir jetzt brauchen. Beziehungsweise der Computer. Ja, ja, ja. Da, 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 da. Okay. Ich singe lieber nicht. Nein. Sonst schadet ihr noch ab. Und das wollen wir ja nicht, ne? Äh, okay. Nein, das Mikrofon zerfällt nicht. Nein. Doomstone 445. Achso, ihr könnt mir jederzeit eine Freundschaftsanfrage senden. Ich nehme sie auf jeden Fall an. Falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja. Ja, das gebe ich dann nachher noch durch. Steht in der Videobeschreibung. Friss das! Stimmt. Steht in der Videobeschreibung. Tinkerbell war ja so fleißig und hat alles hingeschrieben. Ja. Ja. So. Okay. Ich habe da unten nichts. Dann müssen wir es so anpassen. Okay. Sorry, Hashtag 94. Ja. Du weißt das. Ich weiß. Sorry, Hashtag 94. Vier Stück. Du bist doch verrückt. Ich möchte auch vier. Ah, nee. Das müssen wir nicht. Gut hin. Okay. Oh, der Ring muss aber höchst. Den möchte ich gerne haben. Der Ring gefällt mir. Zeit zum Ausruhen. Milde mich zum Dienst. Drei. Ich habe nichts mit drei. Kann ich noch nicht machen, weil er noch nicht angegriffen worden ist. Okay. Dann müssen wir es erst mal so machen. Okay. Und wir wachsen. Gut. Ein. Wieder da. Hätte ich erst machen sollen. Ja. Ja. Okay. Oh, wie peinlich für dich. Rückzug. Ein frischer Start. Ich habe wieder etwas Gesundheit. Okay. Äh, nee. Wir nehmen das hier. So. Zeig für eine Stärkung. Jawohl. Ich habe wieder etwas Gesundheit. Sehr schön. Das ist gut. Und 80. Und. Tschüss. So. Hm. Und ich nehme jetzt Chat weg. Zeig zum Aufladen. So. Auf in den Kampfs. Weil ich keine Energie mehr hatte. Deshalb. Ja. Ist ja gut. Ist jetzt Schluss? So. Vier. Zwei. Okay. Was machen wir denn jetzt? Was schrecklich. Ich habe nicht so viel Zeit. Zu überlegen. Äh. Dich. So. Okay. Die blöden eins auf die Mütze. So. Okay. Und. Aua. Das hat weh. Das auch. So. Okay. Und. Eins auf die Mütze geben. Ich steige auf. Okay. Und. Rundende. Ach nur. Du bist da gemein. Perfekte Wahl. Vorwärts und halbwärts. Das reicht völlig. Ui, 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 ui. Ach, du mein Lieber. Das muss ich gleich wegkauen. Das muss ich gleich wegkauen. Äh. Warte mal, das ist... Ist egal. So. Okay. Dann das da noch. Mann. Die haben ja alle hier irgendwas drauf. Ähm. Ah, es sind ja nur noch drei. Äh. Ne, er hat ja schon eine Ausrüstung. Die ist erhöht. Deswegen. Dann nehmen wir das jetzt mal rum. Okay. Und tauschen dich ein gegen Foodfight. Das war die Glocke. So. Ein frischer Start. Und. Und Ende. Ja, immer auf ihn drauf. Immer feste. Zeit zum Aufladen. Auf dem heißen Stuhl. Na ja, so. Okay. Sehr schön. Hast du ja einen. Gib ihnen einen Rang. Ja. Kommst du zurück. Vorwärts und aufwärts. Oh ja. Das ist gut. So. Und. Einen Schuss bitte. Sehr schön. Und Rundenende. Ja. Immer weiter. Ach du meine Güte. Los jetzt. Pfi. Pfi. Zeit zum Abkühlen. Auf in den Kopf. Hey. Zeit zum Ausruhen. Zurück im Kopf. Okay. Ja. Die kriege ich somit. Fünf. Ähm. Den habe ich schon mal. Sehr schön. Dann habe ich dich. Ich brauche immer. Perfekt. Jetzt habe ich dann nur noch die. Als Geeklein. Oh, 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 oh. Verdammt. So. Und Sekunde Ende. Entschuldigung. Das war nicht eingeplant. Das war nicht sehr gut. So. Ich meine, das können wir das Telefon. Ich glaube, ich verliere Joe Breaker. Ich habe Joe Breaker verloren. Oh, 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 oh. Wieder da. Oh. Hilfe für alle. Ja, super. Macht aber nichts. Das ist nicht ganz so wild. Ich kriege dich so oder so. Ähm. Hm. Wartensin. Brauche ich zwar nicht. Aber egal. Ich habe gewonnen. Sehr schön. Heul doch. So. Okay. Sehr gut. Oh. Joe Breaker ist trotzdem auf Rang 7 aufgestiegen. Sehr schön. So. Das ist sehr gut. Super. Jetzt habe ich nur noch 1.000 Gesundheit. Und da habe ich auch schon über die Hälfte. Sehr schön. Ja. Super. Ja. Das war es erstmal für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wie gesagt. Ich nehme gerne bis 100 Freundschaftsanfragen. Weil leider geht nicht mehr. Es geht nur leider bis 100. Aber ich nehme euch gerne an. Also. Solli. Hashtag 94. Immer. Her damit. Alles klar. Ich hoffe es hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.